Ja, das Buch Exodus, das zweite Buch Mose, das Buch von der Befreiung Israels aus Ägypten, die Rettung Israels. Sie geht weiter. Der Weg, den das Volk Israel Gott hinterherzieht, geht weiter. Der Weg der Nachfolge, wie Gott sein Volk als guter Hirte führt durch die Wildnis und als Gott sein Volk herausgeführt hat aus der Sklaverei aus Ägypten mit starker Hand, da lesen wir in zweite Mose 13, Vers 17. Es geschah, als der Pharao das Volk ziehen ließ, führte Gott sie nicht den Weg durch das Land der Philister, obwohl er der Nächste war, also der Schnellste, der Kürzeste. Denn Gott sagte, damit es das Volk nicht geräut, wenn sie Kampf vor sich sehen und sie nicht nach Ägypten zurückkehren. Gott wollte sein Volk direkt, als er sie herausgeführt hat, nicht direkt gleich in einen Kampf hineinführen, weil er wusste, sie werden diesen Kampf nicht bestehen können. Nein, Gott hatte sich was anderes ausgedacht. Er führte sein Volk einen Umweg und dann führte er sie an das Meer, dort, wo es nicht weiterging, um sie eine ganz wichtige Lektion zu lehren. Der Herr wird für euch kämpfen, ihr aber werdet stille sein. Und so geschah es auch. Gott kämpfte für Israel. Er hat den Sieg errungen über Ägypten. Er hat sie befreit und ja, auch den Pharao und sein Heer besiegt in dem Kampf am Meer. Das Volk Israel hat es gesehen und sie waren voll erstaunen. Sie waren ja überwältigt davon. Und sie haben dann gesungen. Mose hat gesungen in 2. Mose 15, Vers 3. Der Herr ist ein Kriegsheld. Wörtlich steht hier ein Mann des Kampfes. Jahwe ist ein Mann des Kampfes. Er ist ein Superheld. Viele Superheldenfilme haben eigentlich hier ihren Ursprung. Ein Mann des Kampfes, der einspringt und für sein Volk kämpft und sein Volk auf wunderbare Weise herausrettet. Er teilt das Meer. Er lässt sie einen Weg durch das Meer gehen. Er lässt die Armee des Pharaos hineinlaufen, hinterher rennen. Und dann lässt er das Meer wieder zurückkehren, sodass sie alle ertrinken. Der Herr ist ein Kriegsheld, ein Mann des Kampfes. Jahwe sein Name. Nachdem sie erlebt haben, wie Gott für sie gekämpft hat, sind sie weitergezogen, Schritt für Schritt. Und wir haben gesehen, wie sie in diese Prüfungen hineingeführt wurden. In die Prüfungen des alltäglichen Lebens. Diese Prüfung, die Notwendigkeiten des Lebens plötzlich zu vermissen. Die Prüfung des Mangels. Die Prüfung der Sorgen um die Existenz. Wo haben wir, wo finden wir etwas zu trinken? Wo gibt es etwas zu essen? Und nochmal, wo gibt es was zu trinken? Und jedes Mal haben sie im Grunde versagt in diesen Prüfungen. Und dennoch hat Gott sie getränkt und gespeist und nochmal getränkt, in Wasser gegeben. Davon haben wir letztes Mal gelesen. Und nun, 2. Mose 17, Vers 8. Danach kam Amalek und kämpfte in Riphidim gegen Israel. Nun kommt der Kampf. Und diesmal ist es nicht so, dass der Herr für sie kämpft und sie stille sind. Nein, es geht diesmal anders. Mose sagte zu Joshua, wähle uns Männer aus und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Das Volk Israel soll kämpfen. Aber das Volk Israel soll nicht alleine kämpfen, aus sich heraus kämpfen. Sie selbst können den Sieg nicht erringen. Nein, Mose sagt, morgen will ich mich auf den Gipfel des Hügels stellen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Also dieser Stab, den er gebraucht hat, um die Wunder Gottes zu tun. Gott hatte ihm ja gesagt am Berg Horeb, hier nimm den Stab. Was hast du da? Diesen Stab, ja. Mit diesem Stab hat er die Wunder Gottes getan. Es war kein Zauberstab. Es war nicht etwas Magisches in ihm. Dieser Stab hatte in sich selbst keine Kraft. Es war sein Hirtenstab. Es war der Stab, den er gebraucht hat, um die Herden seines Schwiegervaters zu hüten. Um sie zu verteidigen gegen Feinde. Und das, was er gelernt hat als Hirte, Gott hat das umgewandelt und gebraucht. So wie Gott zu Petrus gesagt hat, hey, du bist Fischer. Lass deine Netze liegen. Ab heute wirst du Menschen fischen. Petrus wusste mit dem Netz umzugehen und Fische zu fangen. Aber jetzt sollte er ein Menschenfischer werden. Mose war ein Hirte. Aber jetzt sollte er ein Menschenhirte werden. Und so hat Gott ihm diesen Stab gegeben. Beziehungsweise er hat ihm gezeigt, dieser Stab, dieser Stab ist es, mit dem du handeln sollst, mit dem du arbeiten sollst. Dieser einfache Hirtenstab. Und ich tue dann meine Wunder. Und so ist es interessant, dass Gott zu Mose sagt, in 2. Mose 17, Vers 5, also ein paar Verse vorher, da sagt Gott, als es darum geht, dass er dem Volk zu trinken geben soll, obwohl er nichts hat. Das ist wie bei den Jüngern. Jesus sagt zu den Jüngern, gib ihnen zu essen, diesen 5000 Menschen. Sag, wir haben nichts. Mose hatte auch nichts, um das Volk zu trinken zu geben, diesem riesigen Volk von Hunderttausenden von Menschen. Aber Gott sagt, geh dem Volk voran, nimm einige von den Ältesten Israels mit dir, auch deinen Stab. Gott betont hier, das ist dein Stab. Er gibt, er zeigt so viel Respekt und so viel Ehre. Mose, dies ist dein Stab. Nimm deinen Stab. Und schlage gegen den Felsen. Was sagt Mose hier zu Joshua? Er sagt, ich werde auf den Gipfel des Hügels stellen mit dem Stab Gottes in meiner Hand. Das ist nicht mein Stab. Das ist Gottes Stab. Das ist wie, wenn die 24 Ältesten vor dem Thron Gottes, die Siegeskronen, die sie empfangen haben, wie Paulus sagt, ich stehe kurz davor, hinüber zu gehen über die Grenze dieses Lebens. Ich habe den guten Kampf gekämpft, werden wir gleich noch sehen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe Glauben gehalten. Jetzt wartet auf mich die Siegeskrone, der Siegeskranz. Den wird mir mein Herr überreichen. Ich bin gewiss. Er wird ihn mir geben. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe Glauben gehalten. Aber was tun die 24 Ältesten mit diesem Siegeskranz, mit ihrem Sieg? Das ist meine Krone, die habe ich errungen. Ich habe den Sieg davongetragen. Nein, sie nehmen die Krone und werfen sie zu Füßen des Thrones Gottes und sagen, du bist würdig. Du hast alles geschaffen. Durch dich ist alles geworden. Das, was wir geworden sind, dass wir den Sieg errungen haben, das ist dein Verdienst. Und so macht Moses auch. Gott sagt, hier, das ist dein Stab. Vollbringe mit deinem Stab dieses Wunder. Tränke die große Herde Gottes, das Volk Gottes. Schlage gegen den Felsen. Aber Moses sagt, nein, das ist nicht mein Stab, es ist der Stab Gottes. Er gibt ihm die Ehre. Und so können wir das hier verstehen. Ich habe vorhin nochmal den Text durchgelesen und wir verbinden diese Geschichte ja immer damit, dass Mose dann auf den Berg geht mit Aaron und Hur, mit dem Stab Gottes. Und dass er betet für das Volk. Aber da steht nirgendwo das Wort Beten in diesem Text. Das heißt, es geht eigentlich darum, er soll mit dem Stab, so wie er den Stab über das Meer ausgestreckt hat und das Meer sich zerteilt hat. Es war ein Zeichen der Macht Gottes, die mit Mose ist, aber es ist Gott, der hier wirkt durch diesen Stab, den Stab Gottes. Es ist kein Zauberstab, es ist kein Stab, der magische Kräfte hat. Aber Gott nimmt es als Symbol, als Zeichen seiner Macht, dass er hier wirkt. Und deswegen, er muss den Stab hochhalten als Zeichen dafür, dass Gottes ist, der hier in diesem Kampf wirkt. Es ist wichtig, obwohl die Israeliten selber kämpfen diesmal. Es ist wichtig, dass beide Seiten hier deutlich werden. Denn das ist das, wisst ihr, bei dieser Erlösung durch das Meer hindurch, was hat Israel getan? Das Einzige, was sie gemacht haben, ist gerannt. Sie sind vor ihren Feinden weggelaufen. Den Weg, den Gott ihnen gebahnt hat, geebnet hat. Aber sie haben nicht gekämpft. Gott hat für sie gekämpft. Er hat alles für sie getan. Wisst ihr, und das ist das, was übereinstimmt mit dem, was wir erlebt haben in unserer Errettung, in unserer Erlösung. Was haben wir getan? Wir haben Ja gesagt. Wir haben uns ziehen lassen zu ihm hin. Aber er, er hat alles getan. Er hat es vollbracht am Kreuz von Golgatha. Er hat unsere Sünde getragen. Er ist in den Riss getreten. Er hat uns gnädig das Wort des Evangeliums gesandt, sodass wir es hören konnten. Ohne, dass wir es gehört hätten, hätten wir nicht glauben können. Und selbst der Glaube, sagt Paulus, ist eine Gabe Gottes, ist eine Gnade, dass du das im Glauben annehmen konntest. Es ist alles sein Verdienst, nicht deins. Dass du gerettet bist. Dass du befreit worden bist aus Ägypten. So haben alle Jünger, so haben die Menschen, die diese Befreiung erlebt haben im Neuen Testament bis heute hin, haben das immer wieder gesagt. Allein dem Herrn die Ehre. Er hat uns erkauft durch sein Blut. Was macht ein Sklave auf dem Sklavenmarkt, wenn er gekauft wird? Und er steht da und macht vielleicht eine gute Figur, aber dass er gekauft wird, das liegt allein an dem Käufer, dass er sich entscheidet, diesen Sklaven zu kaufen. Und so hat Christus, unser König, ist über den Sklavenmarkt gegangen und hat dich gesehen, hat dich gesehen, hat dich gesehen, hat mich gesehen und hat gesagt, den kaufe ich frei. Was kostet der? Ja, der ist nicht billig. Da will ich dein Blut für haben. Okay, ich bin bereit. Ich gebe mein Blut. Ich gebe mein Leben. Er hat sein eigenes Leben eingesetzt als Lösegeld, als Kaufpreis, um uns frei zu kaufen aus der Sklaverei der Sünder, aus der Sklaverei unter der Herrschaft des Teufels. Das hat alleine er getan. Wir konnten nichts dazu beitragen. Nun aber, nun aber, nun aber, folgen wir ihm nach. Nun aber gehen wir mit ihm. Und jetzt gilt etwas anderes. Jetzt sagt er, komm, kämpfe. Kämpfe du. Und interessant ist hier, dass Mose sagt, nicht zu Israel, Israel, jetzt müsst ihr kämpfen, Sondern er spricht zu Joshua. Wer ist Joshua? Das erste Mal, dass von ihm die Rede ist hier. Wer ist Joshua? Müsste ein Leser, der dieses Buch zum ersten Mal liest, denken. Wer ist dieser Joshua? Spannend zu entdecken, wer ist dieser Joshua? Vor allen Dingen, dieser Name. Allein der Name ist schon Programm. Er heißt Jehoshua. Was heißt das? Ja, wer rettet. Wisst ihr, was im griechischen, in der griechischen Übersetzung des Alten Testamentes an dieser Stelle steht? Noch bevor derjenige geboren wurde, von dem wir diesen Namen kennen, noch bevor er geboren wurde, ist in der ganzen, im ganzen östlichen Mittelmeerraum unter den Juden, dieser Mann bekannt gewesen unter dem Namen Jesus. Als die Juden im ersten Jahrhundert vor Christus über Jesus gesprochen haben, haben sie immer von Joshua gesprochen. Sie haben Joshua damit gemeint. Und selbst im Neuen Testament gibt es eine Stelle, wo an einer Stelle Jesus steht, im griechischen Urtext, aber Joshua ist gemeint. Im Hebräerbrief, Kapitel 11. Da wird über die Glaubenshelden des Alten Testaments geredet und dann steht da, ja, auch Joshua ist ein solcher Held des Glaubens. Und da steht dann der Name Jesus. Und der irritierte griechische Leser denkt, hä, welcher Jesus jetzt? Dass Jesus den Namen Jesus bekommen hat, war nichts ungewöhnliches. Es gab auch andere Menschen mit Namen Jesus, zur Zeit vor Jesus und auch zur Zeit nach Jesus. Es gibt so ein apokryphisches Buch, ein Buch aus der Zeit zwischen dem letzten Propheten und dem Neuen Testament. Das Buch heißt Jesus Sirach. Es ist geschrieben von einem Schriftgelehrten, einem Lehrer, Jesus Sirach. Sein Name war Jesus. Also der Name Jesus war nicht ungewöhnlich. Er war einfach die griechische Form des Namens Jehoshua. Und wir benutzen den Namen Joshua, damit man das so voneinander abgrenzt. Ich finde es unheimlich spannend, dass hier der Name Jesus steht. Mose sagte zu Jesus, lass uns das mal so lesen. Mose sagte zu Jesus, wähle uns Männer aus und zieh aus, kämpfe gegen Amalek. Ist das nicht cool? Ist das nicht, dass eine der ersten Dinge, die Jesus gemacht hat, Männer ausgewählt? Haben sie Genezareth, hey Simon, Andreas, kommt, mir nach. Ich will heute zum Menschenfischern machen. Und dann auch Jakobus, Johannes, kommt. Wir haben jetzt hier im Dezember, haben wir als Familie die Serie The Chosen gesehen. Also wer Englisch kann, also es gibt es auch mit Untertiteln. Es ist natürlich schon schöner, wenn man Englisch kann. Das ist eine Serie, die kann man auch über YouTube gucken, aber man kann sie auch direkt suchen. Da gibt es so eine App, die man sich runterladen kann. Und dann kann man die Folgen angucken. Bisher gibt es irgendwie acht Folgen. Und da geht es um die Jünger, die Jünger Jesu, die Jüngerinnen und Jünger, die Jesus beruft, die er auswählt. Das ist eine ganz wunderbare, schöne Serie, fand ich echt toll. Hat mich echt bewegt. Kann ich nur empfehlen. Wähle uns Männer. Männer. Männer an die Front. Es gibt einen Kampf zu kämpfen. Nicht kneifen. Wähle uns Männer. Also Jesus wird hier aufgerufen, in den Kampf zu ziehen. Gegen Amalek. Jetzt lass uns doch mal gucken, in 5. Mose 25, wie Amalek gegen Israel gekämpft hat. 5. Mose 25, 17. Äh, 5. Mose 25, 17. 17 und 18. Denk daran, sagt Mose, und er erinnert hier das Volk Israel an diese Geschichte. Denk daran, was Amalek dir getan hat auf dem Weg, als ihr aus Ägypten zogt. Wie er dir auf dem Weg entgegentrat und deine Nachzügler schlug, alle Schwachen hinter dir, als du erschöpft und müde warst und dass er Gott nicht fürchtete. Dieses Volk Amalek greift Israel an. Aber nicht, dass sie sie zum Kampf auffordern. Mann gegen Mann. Volk gegen Volk. Armee gegen Armee. Nein, feige. Suchen sie sich die Schwachen. Sie greifen von hinten an. Die Nachzügler. Die Langsamen. Die hinterher hinken. Diejenigen, die nicht so schnell unterwegs sind. Diese greifen sie an. Und Mose sagt, Joshua, geh hin. Wähle dir Männer und gehe gerade zu den Schwachen. Geh zu denen, die angegriffen werden. Im Volk. Kämpfe für sie. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Stell dich ihm entgegen, diesem Volk Amalek, was sich an den Schwachen vergeht. An den Kindern. An den Frauen. An den Alten. An den Kranken. So hat es Jesus gemacht mit seinen Jüngern, oder? Er ist gleich in den Kampf gezogen. Und Epheser 5, äh, Epheser 6, Vers 12 sagt uns, unser Kampf, unser Kampf als Christen, als Kinder Gottes ist nicht gegen Fleisch und Blut. Hier ist ein realer Krieg, ein realer Kampf da. Es geht um einen Kampf gegen bösartige Menschen, die Schwache fertig machen. Und ich glaube, dass es manchmal auch darum geht. Manchmal muss man genau diesen Kampf kämpfen und einstehen. Sie stellen vor jemanden, der fertig gemacht wird. Ja, vielleicht sogar körperlich angegriffen wird. Und vielleicht sogar, ja, mit deinen Fäusten eingreifen. Und sagen, stopp hier. Manchmal musst du die Polizei rufen und die Polizei muss mit Waffengewalt dazwischen treten. Und vielleicht sogar einen Missetäter, einen bösartigen Menschen, der andere umbringen will, ihn zur Strecke bringen, ihn töten. So war das damals. Israel wurde angegriffen von solchen finsteren Gestalten. Die Schwachen wurden angegriffen. Und Joshua wird ausgesendet mit Männern, die den Kampf aufnehmen, die bereit sind, auch ihr Leben zu riskieren. Das sind Krieger da. Und ich stelle mich denen entgegen. Ich habe keine Angst um mein eigenes Leben. Joshua hat keine Angst um sein eigenes Leben. Nein, er hat einen Auftrag, die Schwachen zu schützen. Sich vor die Schwachen zu stellen. Sein eigenes Leben einzusetzen, um den Schwachen zu helfen, zur Hilfe zu eilen. Und sie zu befreien aus der Gewalt der Amalekiter. Und die Männer, die mit ihm gehen, sie müssen von dem gleichen Schlag sein. Sie müssen bereit sein, ihr Leben hinzugeben. Und wisst ihr, diese zwölf Apostel, die Jesus ausgewählt hat, am Anfang waren sie es noch nicht. Am Anfang waren sie noch nicht solche Männer. Nein, als es darauf ankam, haben sie alle die Bieger gemacht. Erst als sein Geist in ihnen war, Christus in ihnen, dieser Jesus, dieser Joshua in ihnen, hat sie befähigt dazu, auch ihr Leben einzusetzen. Ihr Leben aufs Spiel zu setzen, bereit zu sein, auch zu sterben für Christus, für ihren König und zu sterben für die Menschen, für die sie sich eingesetzt haben, um sie zu retten. Um die Rettungsbotschaft hinaus zu bringen, um das Feld des Feindes einzunehmen, um von Sieg zu Sieg zu gehen. Und es war nicht immer Sieg, in dem Sinne, dass sie am Ende triumphiert haben. Nein, ihr Triumph bestand oft darin, dass sie, wie Christus, ihr Leben gelassen haben. Einer nach dem anderen. Wähle uns Männer. Gott will uns wählen. Er sucht nach Menschen. Jesaja sagt, wen soll ich senden? Wen soll ich senden? Wer ist da, der bereit ist, mit in die Schlacht zu ziehen, mit in den Kampf zu gehen? Wer ist bereit, sein Leben hinzulegen für den Dienst, den Dienst für Gott, für sein Volk? Wer ist bereit, mit Joshua, mit Jesus zu sagen, ich und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Wo sind sie? Wo sind die Männer? Ja, und Jesus hat auch Frauen gewählt dann. Die Männer, sie waren aber diejenigen, die in der Verantwortung standen, die zwölf Apostel. Es waren die, die die Verantwortung getragen haben in diesem Kampf. Und die Schwestern haben alle mit unterstützt in diesem Kampf. Wir sollten dafür beten, dass Gott Männer beruft, Männer ruft, die wirklich diese Hingabe haben. Wie hier die Männer, die mit Joshua herausgezogen sind. Männer, die, wie auch die Apostel, die diesen Weg gegangen sind. Wie Paulus. Der gesagt hat, es gibt für mich, seit ich Christus kenne, gibt es für mich nichts Größeres, als ihn zu kennen, ihn mehr kennen zu lernen. Die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden. Und Paulus hat einen gefunden, einen solchen jungen Mann, Timotheus. Und er hat ihm zwei Briefe geschrieben, die uns erhalten geblieben sind in der Bibel. Inspiriert durch den Geist Gottes. 1. Timotheus 6, Vers 12. Und es ist interessant zu sehen, Timotheus als junger Mann, als sie nach Griechenland gezogen sind, Dann lesen wir die Geschichte, was in Philippi geschehen ist. Wie Paulus und Silas im Gefängnis waren. Sie wurden furchtbar misshandelt. Und waren dann im Block mitten drin in der schwärzesten Nacht im Innersten des Gefängnisses. Mit noch blutenden Wunden. Schmerzenden Wunden. Dann beten sie. Und dann kommen sie bis in die Anbetung hinein. Und beten Gott an. Unter den größten Schmerzen und Leiden. Wo war Timotheus da? Ich glaube, er war noch nicht dabei. Dieser harte Kampf. Er hat später auch Kämpfe durchlebt und durchlitten. Aber so wie Israel. Am Anfang hat Gott ihm das erspart. Die großen Kämpfe kamen später. Und hier sagt Paulus in 1. Timotheus 6, Vers 12. Kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Er feuert Timotheus an und sagt, komm, mein Bruder, komm, lass uns den Kampf kämpfen. Lass uns hineinsteigen in den Kampf. Den guten Kampf des Glaubens. Es gibt auch einen schlechten Kampf. Es gibt auch die falschen Kämpfe. Und so oft sind wir in die falschen Kämpfe verwickelt. Paulus sagt es vorher in 2. Timotheus 2, Vers 23. Die törichten und ungereimten Streitfragen weise ab, da du weißt, dass sie Streitigkeiten erzeugen. Ein Knecht des Herrn aber soll nicht streiten. Verwickel dich nicht in die falschen Kämpfe. Sondern kämpf den guten Kampf des Glaubens. Und worin besteht dieser gute Kampf des Glaubens? Wie gesagt, das 1. ist Epheser 6, Vers 12. Können ab Vers 10 lesen. Schließlich werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. In der Macht seiner Stärke. Christus in mir. Der Sieger. Jesus. Joshua. Der Sieger in mir. Der Kämpfer. Der den guten Kampf kämpft. Der Mose gehorsam ist. Der sich Mose untergeordnet hat. Dem Gebot Gottes, ganz untergeordnet und ihm gefolgt. In der Macht seiner Stärke. Mit Joshua ausziehen. Und mit ihm kämpfen. Er in mir. Ich in ihm. Werdet stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Nicht aus eigener Kraft. Mit Mose da. Mit dem Stab Gottes in der Hand. Zieht die ganze Waffenrüstung Gottes an, damit ihr gegen die Listen des Teufels bestehen könnt. Denn unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten, gegen die Mächte, gegen die Weltbeherrscher dieser Finsternis. Gegen die geistigen Mächte der Bosheit in der Himmelswelt. Und das ist das Wichtige und Zentrale. Wenn wir kämpfen, dann kämpfen wir eben nicht gegen bestimmte Menschen. Menschen, die diese bösen Dinge tun. Ungerechtigkeit, Boshaftigkeit, Gewalt, die die Dinge an sich reißen, die in Sünde leben. Diese Menschen, sie leben unter der Herrschaft von Mächten, von Gewalten. Und unser Kampf ist nicht gegen diese Menschen gerichtet. Weil diese Menschen alle miteinander Geschöpfe Gottes sind, von denen möchte Gott, dass sie errettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Dass sie das sind, was sie sind, nämlich Geschöpfe Kinder Gottes. Dass sie frei werden. Sie sind versklavt, so wie wir es waren. Sie sind nicht anders wie wir. Sie sind nur unter einer anderen Herrschaft. Und unser Kampf ist gegen diese Herrschaft. So kann es schon sein, dass wir auch verwickelt werden in einen Kampf mit Menschen. Aber der gute Kampf des Glaubens besteht darin, im Vertrauen auf Jesus mit den Waffen, die Gott uns gegeben hat, auf die Art und Weise, wie Jesus es uns gelehrt hat, zu kämpfen. Und nicht auf die Art und Weise, wie wir es früher gelernt hatten von dem anderen Herrscher, gegen den wir jetzt kämpfen. Deshalb ergreift die ganze Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag wieder stehen und wenn ihr alles ausgerichtet habt, stehen bleiben könnt. Und dann sehen wir, was hier die Waffenrüstung ist, mit dem wir kämpfen. Eure Lenden umgürtet mit Wahrheit. Bekleidet mit dem Brustpanzer der Gerechtigkeit. Du kannst den Teufel nicht mit Ungerechtigkeit bezwingen. Da lacht er sich ins Fäustchen. Da hilfst du ihm mit. Nein, die Art und Weise, wie wir überwinden, ist durch Gutes. Wir überwinden das Böse mit Gutem. Nicht mit denselben Mitteln. Nicht mit Drohnen und Schimpfen und Schlagen und Gewalt. Nicht mit Verfluchen. Nicht mit Hass, sondern mit der Liebe. Deswegen lehrt uns Jesus, liebt eure Feinde. Überwindet das Böse mit dem Guten. Nicht durch Ungerechtigkeit, sondern durch Gerechtigkeit. Der Lüge steht entgegen mit der Wahrheit. Beschut an den Füßen mit der Bereitschaft zur Verkündigung des Evangeliums. Die frohe Botschaft, das Evangelium ist eine Kraft Gottes, die rettet alle, die daran glauben. Diese Botschaft von Jesus, Joshua, dem Gewinner, dem Sieger. Jesus hat den Sieg errungen. Er ist für deine Sünde gestorben. Er hat sein Leben eingesetzt für dich. Aber er ist auch auferstanden und lebt. Und will dein König sein. Das Evangelium des Friedens. Das ist der Friede, der einzieht. Du wirst Teil des Volkes Gottes. Du hast Frieden mit Gott. Das heißt aber nicht, dass du jetzt ein Leben führst, das Friede, Freude, Eierkuchen ist. Du hast Frieden mit Gott. Und dadurch auch Frieden mit deinen Geschwistern. Du kämpfst Seite an Seite mit deinen Geschwistern, aber du kämpfst. Es ist ein Kampf. Wir leben in einem Kampf von jetzt bis zum Tag unseres Todes. Und selbst da hört der Kampf nicht auf. Christus, Jesus Christus, wie kommt er wieder? Sichtbar auf diese Erde. Als ein mächtiger König, der König der Könige, der Herr der Herren, auf weißem Pferd, mit dem zweischneidigen Schwert aus seinem Mund, um einer riesigen Armee entgegen zu treten. Aber er tritt nicht alleine mit ihnen entgegen, sondern das ganze Heer des Himmels kommt mit ihm herab. Es gilt einem, diesen Kampf zu kämpfen. Das Wunderbare ist, wir stehen auf der Seite des Siegers. Und selbst da, und das lasst uns, und das ist der Kampf des Glaubens. Der Kampf des Glaubens heißt, wir sehen es noch nicht. Wir sehen es noch nicht. Glaube heißt nicht das, was du siehst, sondern was du nicht siehst. Das andere wäre, leben im Schauen, was es uns nicht verheißen. Wir leben im Glauben, das heißt, wir sehen es noch nicht. Was sehen wir? Wir sehen das Kreuz. Wir sehen das Leiden. Wir sehen die Niederlage. Aber im Glauben sehen wir den auferstandenen Herrn, der den Tod überwunden hat. Wir sehen den Sieg. Deswegen sollen wir den guten Kampf des Glaubens kämpfen. Wir sehen noch so viel Niederlage. Wir sehen so viel Elend. Und doch, Jesus ist der Sieger. Bei all dem ergreift den Schild des Glaubens, des Vertrauens, mit dem ihr alle feurigen Pfeile des Bösen auslöschen könnt. Er schießt seine Pfeile. Und seine Pfeile sind Gedanken. Gedanken der Resignation. Gib doch auf. Es hat doch eh keinen Sinn. Du kannst es bleiben lassen. Du willst Gott dienen mit deinem Leben? Du willst etwas ausrichten in dieser Welt? Du willst mitarbeiten im Reich Gottes? Du bist doch nur ein Wurm. Du bist doch nur ein Hauch, sagt die Bibel. Du bist doch nur eine Blume, die aufblüht und wieder vergeht, sagt der Teufel. Und schießt seine feurigen Pfeile ab. Und was sagt das Schild des Glaubens? Teufel, du hast vollkommen recht. Aber mein Jesus, mein Joshua, mein Kriegsherr, er hat mich erwählt, dass ich in seinem Team bin, in seinem Heer. Und deswegen werde ich den Kampf kämpfen. Es hängt nicht daran, wie viel Erfolg du hast, sondern dass du erwählt bist. Dass er dich aufgerufen hat, kämpfe den guten Kampf. Darauf kommt es an. Und das musst du dem Teufel entgegenhalten, wenn er seine feurigen Pfeile abschießt. Dann erlöschen die diese Pfeile. Es hängt nicht an mich, an mir. Es hängt nicht an meinen Fähigkeiten. Nein, Christus lebt in mir. Er ist es. Und er wird das gute Werk, was er angefangen hat, auch vollenden in mir. Ich werde immer und immer versagen. Aber durch seine Kraft werde ich überwinden. Durch seine Kraft werde ich Siege erringen. Nicht für mich, sondern für sein Reich, für seinen Namen, für seine Ehre. Und zum Besten für andere Menschen, gerade für die Schwachen, für die, die angegriffen sind, die dem Teufel nichts entgegenzusetzen haben. Nehmt auch den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, das ist Gottes Wort. Damit könnt ihr den Teufel in die Flucht schlagen. Und dann kommt mit allem Gebet und Flehen. Und betet zu jeder Zeit im Geist und wacht hierzu in allem Anhalten und Flehen für alle Heiligen. Wir müssen uns gegenseitig unterstützen in diesem Kampf mit Gebet. Wir kämpfen nicht alleine. Es ist kein Einzelkämpfertum. Wir kämpfen auch nicht alleine mit Jesus, sondern wir kämpfen als große Schar zusammen. Und wir müssen uns gegenseitig unterstützen durch Gebet. Und zwar alle Zeit. Nicht nur einmal im Monat. Sondern alle Zeit. Deswegen wacht. Jesus sagt, seid wachsam. Warum? Weil wir uns in einem Kampf befinden. Und der Teufel, die liebste Art und Weise, wie der Teufel uns schachmatt setzt, ist, dass er uns Glauben macht, dass es keinen Kampf gibt. Es ist Friede, Friede. Entspann dich. Nimm es locker. Lehn dich zurück. Ist doch Corona-Zeit. Bleib auf dem Sofa. Leg die Beine hoch. Passiert ja eh gerade nichts. Nein, es tobt ein Kampf. Ein heftiger Kampf. Und Jesus ist bereit, sein Leben zu geben. Er hat sein Leben gegeben. Joshua ist bereit, sein Leben zu geben mit den Männern, die er auserwählt hat, um Amalek entgegen zu gehen und entgegen zu stehen. Und Mose mit dem Stab, er geht oben auf den Hügel. Vers 10 lesen wir nochmal, da tat Joshua, wie Mose ihm gesagt hatte, um gegen Amalek zu kämpfen. Wie gesagt, gehorsam ordnet sich Joshua unter und zieht in den Kampf. Mose hat es gesagt, ich tue es. Das Wort Gottes, der Prophet, der die Worte Gottes ausspricht, die Berufung Gottes ausspricht, ziehe in den Kampf. Timotheus, der von Paulus hört, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Es ist Gottes Wort. Es ist nicht Paulus. Paulus sagt, gesegnet seid ihr, dass ihr das Wort, hat er an die Thessalonicher gesagt, 1. Thessalonicher 2 steht es. Es ist so gut, dass ihr das Wort, was wir zu euch gesprochen haben, nicht als Menschenwort aufgenommen habt, sondern als das, was es in Wahrheit ist, nämlich Gottes Wort. So hat Timotheus diesen Brief empfangen und er hat ihn nicht für sich behalten. Er hat ihn nicht weggeschmissen. Er hat ihn aufgehoben, aufbewahrt. Er hat ihn weitergegeben an seine Jünger, an die Brüder und Schwestern, die er gelehrt hat, hat er das weitergegeben, weil er gesagt hat, das hier, was Paulus geschrieben hat, das ist nicht einfach nur Paulus Meinung gewesen, sondern das ist inspiriert durch den Heiligen Geist. Der Heilige Geist hat dadurch zu mir gesprochen, kämpfe den guten Kampf des Glaubens. Jesus selbst hat mich gewählt, dass ich mitkämpfe in diesem Kampf. Und Mose, Aaron und Hu stiegen auf den Gipfel des Hügels. Und es geschah, wenn Mose seine Hand erhob, dann hatte Israel die Oberhand. Wenn aber seine Hand sinken ließ, dann hatte Amalek die Oberhand. Und hier wird sichtbar, es hängt nicht an der Manpower, sondern es hängt ganz allein an Gottes Kraft. Werde stark im Herrn und in der Macht seiner Stärke. Es hängt ganz allein an Gottes Kraft, ob hier Joshua mit seinen Auserwählten siegreich ist gegen Amalek. Wenn der Stab niedersinkt, wenn Mose müde wird, dann hat Amalek die Oberhand. Da jedoch Moses Hände schwer wurden, nahmen sie einen Stein und legten den unter ihn und er setzte sich darauf. Dann stützten Aaron und Hur seine Hände, der eine auf dieser, der andere auf jener Seite. So blieben seine Hände fest, bis die Sonne unterging. Wunderbar. Wie gesagt, dieses Bild. Gemeinsam kämpfen sie den Kampf. Hier ist es ein Kampf nicht gegen Menschen mit Schwertern oder mit Waffen, sondern es ist dieser Kampf gegen die Müdigkeit. Der Kampf gegen die Schwachheit des Fleisches. Und davon spricht Paulus auch. Ich kämpfe nicht so, als ob ich in die Luft schlage. 1. Korinther 9 am Ende. Sondern ich knechte meinen eigenen Leib. Ich mache ihn zum Knecht, zum Sklaven. Meinen eigenen Leib. Nicht meine Bedürfnisse. Nicht meine Triebe sind diejenigen, die mich bestimmen. Sondern der Geist Gottes soll herrschen in mir. Und ich mache meinen eigenen Leib untertan. Paulus konnte sehr hart sein gegen sein Fleisch, gegen die Schwäche seines Fleisches. Er sagt, ich alle, die dem Christus Jesus angehören haben, ihr Fleisch samt den Leidenschaften gekreuzigt. Das ist dieser Kampf gegen das eigene Fleisch, gegen die eigenen Schwächen. Ich will nicht zulassen, dass diese eigenen Schwächen mein Leben beherrschen. Dass sie mich unfähig machen, den guten Kampf zu kämpfen. Nein, ich kämpfe den Kampf. Fleisch und Geist sind entgegengesetzt, dass sie kämpfen miteinander, sie stehen im Kampf. Und ich stelle mich auf die Seite des Geistes, des Heiligen Geistes. Ich will den Sieg erringen, der in mir tobt. Ich will diese Müdigkeit überwinden. Und wunderbar, ich schaffe es nicht alleine. Gott hat mir aber Brüder zur Seite gestellt, Schwestern zur Seite gestellt, die mit mir kämpfen. Die für mich beten. Paulus hat das immer wieder gesagt. Betet für mich. Er war nicht der Einzelkämpfer, der alles gewuppt hat und alles drauf hatte alleine. Nein, er hat das Gebet seiner Geschwister gebraucht. Er wusste das. Ich brauche diese geistliche Unterstützung. Und Joshua besiegte Amalek und sein Kriegsvolk mit der Schärfe des Schwertes. Jesus siegte über Amalek. Und er besiegte sie mit der Schärfe des Schwertes. Das ist interessant. Eigentlich steht da mit dem Mund des Schwertes. Im Hebräischen wird die scharfe Kante sozusagen des Schwertes, das wird auch Mund genannt, weil die Zähne sind auch so. Und das Schwert Fraß ist auch so ein Ausdruck, ein hebräischer Ausdruck. Das Schwert frisst mit seinem Mund. Ich fand das total interessant, weil in der Offenbarung dann steht, dass das Schwert aus dem Mund Jesu kommt. Das ist sozusagen genau umgekehrt. Hier ist es ein bildlicher Ausdruck für das Fressen des Schwertes, für das Kämpfen mit dem Schwert und das Töten durch das Schwert. Und das andere ist, es wird umgedreht, dieses Bild wird zur Realität durch sein Wort, macht er den Feind nieder. Danach sprach der Herr zu Mose, schreib dies zur Erinnerung in ein Buch. Mose konnte schreiben und er sollte schreiben und hat diese Dinge aufgeschrieben. Und lege in die Ohren Josuas, dass ich die Erwähnung von Amalek vollständig unter dem Himmel auslöschen werde. Da werden wir später nochmal dazu kommen. Und Mose baute einen Altar und gab ihm den Namen, der Herr ist mein Feldzeichen. Jahwe ist mein Feldzeichen. Nicht, wir haben diesen Sieg errungen, sondern Jahwe. Ihm wird die Ehre gegeben hier. Der Altar steht auch wieder dafür da, dass Gott angebetet wird. Und indem er sagte, für wahr, die Hand ist am Thron Jahas. Krieg hat der Herr mit Amalek von Generation zu Generation. Jahwe bleibt fest in seinem Kampf gegen den Widersacher. Und das Feldzeichen, das ist tatsächlich auch ein Wort, was verwendet wird für diese Ehre, eine Schlange, die aufgerichtet wurde. Und wo später gesagt wird, ja, dass Jesus, dass es ein Bild für Jesus ist, dieses Feldzeichen, das steht da hinten. Und das Kreuz erhöht, für alle sichtbar, das Siegeszeichen. Er hat den Sieg errungen. Und er möchte, dass wir mit ihm jetzt in den Kampf eintreten. Dass sein Reich in dieser Welt ausgebreitet wird, seine Herrschaft ausgebreitet wird. Jesus, wir danken dir, dass du den Sieg errungen hast. Wir preisen dich dafür. Wir beten dich an. Wir danken dir, ja, dass wir das Zeichen deines Sieges vor Augen haben. Das Kreuz, dass wir, ja, auch jetzt essen und trinken dürfen. Die Zeichen deines Sieges. Die Zeichen deiner Erlösung für uns. Deine Rettung, dass du uns gerettet hast. Du bist in den Riss getreten. Da, wo wir angegriffen wurden und niedergemetzelt wurden. Und da bist du gekommen mit deinen Auserwählten und hast den Sieg errungen und hast uns gerettet und befreit. Wir preisen dich und danken dir dafür und wollen, ja, offen sein. Wollen unsere Herzen öffnen dafür, wo du uns rufst, Herr, den Kampf zu kämpfen. Den guten Kampf des Glaubens. Wo wir teilhaben an diesem Kampf gegen die Finsternis. Wo wir teilhaben an dem Kampf um Menschen, die angegriffen werden, die niedergemacht werden vom Widersacher. Hilf dir uns, diesen guten Kampf des Glaubens zu kämpfen und stärke uns jetzt durch das Mal darin, ja, in den Kampf zu ziehen. Gestärkt in den Kampf zu ziehen. Danke, Jesus, für dein Mal jetzt. Amen. 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 Vielen Dank.